ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk HP und fährt gegen die schwere Artie, die ja nicht schwer aussieht, aber doch relativ dick ist. Und gibt da dem Harwald den Auftrag, den Light abzuschießen, den Scout. Ja, hiermit auch erfüllt. Danke, liebe Noobs. Schön, dass es euch gibt. Ich kann es nur wiederholen. Ich hoffe, wenn es nochmal so etwas Schwieriges gibt, dann helft ihr uns wieder. Alles klar, dann bis zum nächsten Fail. Bye, bye.